Die Natur der Weisheit Um in harten Zeiten das Licht der Liebe tragen zu können, ist vor allem die Übung des Mitgefühls wichtig. Durch sie finden wir einen Weg, wie wir unsere Kämpfe, unser Leiden und unseren Kummer, aber auch die Kämpfe, das Leiden und den Kummer der anderen mit unserem Herzen annehmen können. Jeder Mensch besitzt ein solches großes Herz voller Mitgefühl. Es ist ein Teil unserer wahren Natur. Und es ist da, auch wenn wir die Verbindung mit ihm verloren haben. Es ist stets da und wartet darauf, dass wir zu ihm zurückkehren. Eine Frau schrieb im Sun Magazine über ihre schreckliche Kindheit und begann mit den Worten, Mutter hat mir immer versichert, dass ein Kind, das so schlimm war wie ich, unaussprechliche Strafen zu erleiden haben würde. Wenn ich du wäre, pflegte sie zu sagen, würde ich Angst haben, nachts einzuschlafen, aus Sorge, dass Gott mich töten wird. Sie hat diese Worte mit leiser Stimme und fast bedauernd gesagt, als wäre sie traurig über das Schicksal ihrer sündigen Tochter. Dann hat sie mich gefragt, wie mich wohl irgendjemand lieben könnte. Ich habe fast 15 Jahre gebraucht, um den Schaden ihrer hässlichen Bemerkungen zu beheben. Folgendes hat mir geholfen zu überleben. Seit ich etwa fünf oder sechs Jahre alt war, bis weit ins Teenageralter hinein, pflegte ich mich nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, aus dem Bett zu stehlen und in die Küche zu gehen, um dort ein Stück Brot oder Käse zu holen, das ich dann zurück in mein Bett nahm. Dort tat ich dann so, als würden meine Hände jemand anderem gehören. Einem tröstenden und beruhigendem Wesen, das keinen Namen hatte, vielleicht einem Engel. Die rechte Hand fütterte mich mit kleinen Häppchen von dem Käse oder dem Brot, während die linke mir über die Wange und die Haare strich. Meine Augen waren geschlossen und ich flüsterte leise zu mir selbst, Schlaf jetzt, du bist jetzt in Sicherheit. Alles wird gut werden. Ich liebe dich. Die Geschichte zeigt, dass selbst in unseren verzweifelsten und schwierigsten Zeiten Mitgefühl und Fürsorge unseren Körper wie ein innerer Engel der Barmherzigkeit durchströmen. Wie grüne Schösslinge, die sich ihren Weg durch die Spalten des Gehwegs erzwingen. Das Mitgefühl in unseren Herzen wartet nur darauf, geboren zu werden und sich auf uns selbst richten zu können, um uns in tausend täglichen Gästen der Selbstfürsorge und des Schutzes vor Schaden zu bewahren. Mitgefühl ist der Ausdruck der Macht des barmherzigen Herzens angesichts des Leidens in der Welt. Mitgefühl taucht dann auf, wenn wir unserem Herzen die Möglichkeit geben, sich aufrichtig von unserem Schmerz und unseren Bedürfnissen und dem Schmerz und den Bedürfnissen der Anderen berühren zu lassen und allem mit Verständnis und Zuwendung zu begegnen. In den nächsten Übungen werden wir die uralte Praxis des Mitgefühls kennenlernen, die ein systematischer Weg ist, um die Eigenschaft der Zärtlichkeit und des mitfühlenden Herzens in allen Situationen und unter allen Umständen hervorzubringen. So, wie es einem jungen Armeeoffizier ergangen ist. Dieser Leutnant verbarg großen Schmerz und viel Wut in seinem Innern und neigte dazu, schnell aus der Haut zu fahren. Weil er so häufig wütend wurde, verlangte sein Vorgesetzter, dass er eine achtwöchige Übung in Achtsamkeit und liebevollem Verhalten, Güte und Mitgefühl absolvierte. Die Armee nutzt inzwischen solche Möglichkeiten hin und wieder und ich wünschte nur, dass dies auch weiter oben in der Befehlskette weiter verbreitet wäre. Nachdem der Leutnant etwa sechs Wochen lang die Übung der Achtsamkeit praktiziert und gelernt hatte sein Erleben, um eine gütige und mitfühlende Wahrnehmung zu bereichern, ging er eines Abends auf dem Nachhauseweg schnell noch in einen Supermarkt, um etwas einzukaufen. Es war voll dort. Und als er schließlich mit seinem vollgepackten Wagen zu den Kassen kam, gab es überall lange Schlangen. Die Frau vor ihm stand trotzdem in der falschen Schlange. In ihrem Wagen lag nur ein einziger Artikel und er gehörte zu den Leuten, die wussten, dass es wichtig war, bei der richtigen Kasse anzustehen. Darüber hinaus hatte sie ein Baby auf dem Arm und als sie schließlich an der Reihe war, fingen sie und die Kassiererin auch noch an, über das Kind zu sprechen und mit ihm zu schäkern. Und dann reichte sie der Kassiererin das Kind zu allem Überfluss sogar noch hinüber, damit sie es einen Moment halten konnte. In diesem Moment baute sich in dem Mann noch mehr Wut und Ärger auf als ohnehin schon und er konnte den Schmerz richtig spüren, weil er sich in Achtsamkeit und freundlicher Aufmerksamkeit geübt hatte. Er spürte, wie Wogen aus Hitze und Energie und Beurteilen seinen Körper erfüllten. Also nahm er ein paar tiefe Atemzüge, besänftigte einen Teil des Leidens und des Schmerzes und brachte ihnen Güte entgegen. Und als er das tat und aufsah, bemerkte er, dass die Frau sich zwar in der falschen Schlange befinden mochte, das Baby aber eigentlich ganz süß war. Als er schließlich selbst vor der Kasse stand, hatte er sich so weit beruhigt, dass er in aller Ruhe sagen konnte, das war übrigens ein süßer kleiner Junge, den sie da auf dem Arm hatten. Die Kassiererin sah ihn an und fragte, oh, hat er Ihnen gefallen? Das ist mein Sohn. Wissen Sie, mein Mann war in der Armee und ist letztes Jahr im Nahen Osten getötet worden. Deshalb muss ich arbeiten gehen. Meine Mutter bleibt zu Hause und passt auf ihn auf. Sie versucht, ihn einmal am Tag herzubringen, damit ich ihn sehen kann. Wir urteilen so schnell. Wir können so hart gegenüber uns selbst oder anderen sein. Wir sind so schnell dabei, uns und andere zu verurteilen. Das mitfühlende Herz lässt uns erkennen, dass wir alle unsere Päckchen mit Tränen zu tragen haben. Dies bedeutet nicht, dass es leicht ist, Mitgefühl zu haben, wenn wir verraten worden sind, große Verluste erlitten haben oder überhaupt in Bezug auf uns selbst. Wie sagt Mahatma Gandhi, nachdem er ein halbes Jahrhundert gegen das britische Empire gekämpft hatte, mein beachtlichster Gegner ist nicht das britische Empire oder das indische Volk, sondern ein Mann namens Mohandas K. Gandhi, auf den ich nur sehr wenig Einfluss zu haben scheine. Es ist nötig, dass wir erkennen, dass wir würdig sind zu lieben. Der Buddha hat das einmal mit sehr einfachen Worten ausgedrückt. Du kannst das gesamte Universum zehnmal absuchen und wirst nicht einen einzigen Menschen finden, der der Liebe und des Mitgefühls mehr wert wäre, als derjenige, der hier sitzt. Du selbst. Mitgefühl und Vergebung haben also nichts mit Schwäche zu tun, sondern sind tatsächlich Ausdruck des Mutes, der Seelengröße und der Schönheit des Herzens inmitten schwieriger Lebensumstände. Mit ihnen tragen wir das innere Licht selbst durch die dunkelste Nacht. Untertitelung des ZDF,